Ein Hengst, der viele Übersetzungen hat, schönwerk aufgalobiert, sehr, sehr gutes Vorderbein hat, vermögend aussieht. Einziges, was wir uns jetzt noch gewünscht hätten, wäre, dass er hinten vielleicht ein bisschen mehr aufmacht und noch den Sprung mehr fertig macht, aber insgesamt wirklich schon alles im guten Bereich. Wir haben Technik 8,0, Vermögen 8,5, Galopp 8,0 und insgesamt 8,1. Als Siegerhengst hat er wohl schon die Siegerschaft im Freilauf-Kampionat der Ponyes erhalten und erhält sie nun auch im Freis-Springs-Kampionat. Das ist die Ponyes-Kampionat der Ponyes-Kampionat. Auf dem Dösplatz mit einer Wertquote von 7,33. Drei und 95. Drei, Klaifen. Alle verteilt sind. Vielleicht dürfen wir er auch hier den Sieger in der Mitte belassen. Und die Abstanderei auf eine Ehrenrunde. Und die Abstanderei auf eine Ehrenrunde.